Nein! Ich bin in Storgerand. Oh! Alter! Hahaha! Hahaha! Was? 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 Willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Pro Clubs wieder mit den üblichen Verdächtigen Alex und Pascal. Hallo! Hi! Diesmal spielt Pascal alle und er stürmt auch nicht mehr mit, sondern ist im Mittelfeld und... Oh! Bad Boys! Die haben ja schon mal gespielt, glaube ich. Und wir haben schon ganz viele. Dann ist der mit den Arjen Rom gestern, ja. Der aus jedem, aus seinen fünf Chancen für Tore gemacht hat, wo wir ja sechs gut verloren haben. Ach! Mal abwarten! Ey! Ich bin noch ein Verteidiger! Geil! Ehrlich jetzt? Wer sagt den Arjen aus dem Spiel? Ja, das ist einer von denen, schätze ich mal noch. Ja! Ja! So bin ich! Ja! Der hässliche Vogel! Mit dem Tattoo auf dem Arsch! Habt's gesehen! Ein gelbes Tattoo! Ich hab's gesehen! Das waren die schwarzen Hosen, oder? I love to entertain you! Diese Folge wird ein bisschen länger, weil die Gegner noch AFK sind. Naja... Äh... Das Ding ist, wieso steh ich eigentlich nicht da in der Mitte? Es ist der Capitano! Wär lustiger! 1... 68... Hallo! Locki! Roi! Alter! Was haben wir für Trikots an? Das sieht so wie ISFZ Bayern München aus, aber die sind öfter! Alter, hättest du da den Pass spielen können, das heißt? Ich hätte passen so nicht! Boah! Ihr armer Stürmer ist auch kein Ihr Bester! Brück wieder links! Das glaub ich nicht! Nein! Oh! Ach da hast du mich schicken können! Habe ich nicht gesehen, sorry! Flanke, oder...? Nein! Da bin ich zu klein! Oh! Da bin ich zu klein! in den Tor gerannt. Oh, Alter, Alter! Ich stand noch mitten im Tor, Alter. Ich wollte auch die Kopfball machen. Aber ich bin durchgerannt. Naja, auch gut. Aber immer schön frühes Tor, ne? Das gefällt mir bisher. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Torhüter, Alter, der macht einen auf Manuel Neuer und ich weiß nicht, wie weit sie heute draußen sind. Hör mal auf, Jan. Such dich. Schade, aber sehr, sehr gut gesehen. Habe ich selber nicht so gesehen. Ne, abseits. Ja, aber nicht ich. Richtig, da fiel ein wahrer, ja. Oh, der kommt immer auf meine Seite irgendwie. Ja, ja, sehr gut. Ach, schade. Ich habe das Glück. Hätte ich mir auf deinen Kopf gekommen, glaube ich. Beziehungsweise sehr nah an deine Richtung. Äh, ich suche ja schon. Äh, dann, äh... Das sah sehr, sehr gut aus. Wow. Ich habe gar nicht das Zeuchen gesehen, wo der Ball kommt. War ja auch abgefälscht. War ja auch abgefälscht. Oh, das Ding. Oh, das Ding ist... Oh, schade. Passi. Fang mal in die Mitte jetzt. Ach, muss ich durch. Huiiii. Oh, schade. Als D-gewinn ist gleich. Die Welt wollen. Ach. Ich spiel immer auf meine Seite. Also, ich muss weit hinten stehen, damit ich den Ball abfalle. Ja. Richtig. Oh. Alter. Ach du Scheiße. Ich wollte ihn wegschießen. Hast du die Grätsche gesehen? Ja, ja. Was ein Fail, Alter. Ich habe viel früher gedrückt. Hier habe ich da... Und dann hat er direkt gegrätscht. Ja, wir wollten einfach nur wegschießen. Ah ja. Ne. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. so ein verlauf na man das muss gelb geben schiedsrichter weiter meine hat sich verletzt oder so ja es dürfte mal zudem nein kommt schon ein schade man egal wir haben jetzt nicht so viel trick sind ich muss in die mitte wäre scheiße ich habe eigentlich gehofft weil ich dann hinter den so die größte Scheiße ist sein so schön so schön wir hätten es echt das 2 zu 1 ist verdient nur vom Tor verdienen kann man sich leider nichts kaufen das nimmt die Meiner nicht an Alter total wo hält denn der Rebell da kommt in die Mitte rein ja super da mach ich doch selber haltet ihr seid zu scheiße der Meiner dreht sich an und drückt Schuss er geht weg nur nach ner Motto die ich will nein so knapp so knapp weil ich zum schlussreich so so nicht gekommen aber ein schönes Spiel weil der so nah dran war alter Vater ja ich hab noch keine große Chance aber die krieg ich noch ja aber das Zusammenspiel funktioniert mal auf Anhieb wieder zwischen uns allen ja das ist echt krass das ist richtig krass gerade das macht doch richtig viel Spaß du musst so muss doch jedes Spiel reingehen so akkordisch und nicht so muss ich manchmal gehst du daran auch muss ich viel verspielen das ich muss auch so scheiße naja wenn er mit solcher Leistung mit so einer Vorfreude an der Spieler an der gerade 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 ist er richtig motiviert der liebe Jan ja ist auch so weil nach dem Zeug was es hält da auf dem Amor Server erlebt hat muss ich mal wieder richtig zocken ach fuck ich bin so schön zusammen mit dem Amor waren das wird dann wir haben nein was ist so wichtig doch für mich zumindest auch so aus das hätten wir wir aber na ja der schießt doch nein wir haben sagte ich doch ach oh je ja super ja ja also schießt Eiskalt, eiskalt Hm, ich guck dann Ich hab, sorry, ich war voll fokussiert aufs eigene Tor, tut mir echt leid Nö, war ja in Ordnung, aber ich hab gedacht so, ja, ich krieg ihn noch und hab ihn noch gekriegt Das Problem ist mir so klein, er hat mich nicht gesehen durch die ganze Luft durchgelaufen Ich hab echt gedacht, ich wär komplett allein und deswegen hab ich mich voll fokussiert, wie ich schießen muss Damit ich... Oh, Alex! Hey! Ey, dann mit 1,68 Sack! Puff! Wer hat das Kaffung und Keuer? Ich spiel's, ich spiel's Ich guck mal, wie dünn ich bin und so schmächtig Aber jetzt hätte ich den jetzt nochmal gewonnen, das wär so geil, dann hätten wir so schnell nochmal ein Konter ausführen können Wenn du es schaffst, lieber ihm zu unterbinden, auch im richtigen Online-Spiel, dann hast du fast so gut zu gewonnen, aber nur fast Der wollte grad keiner mehr so richtig den Ball ja ich wollte dachte dass du willst und da hätte ich ja schon wieder so super geil gedreht der poste wieder bekommen absatz zauber bitteschön du musst du allein machen ja ich bin dann abgedreht die bälle sind meine stärke eine stärke ist auf dem ball direkt nach dem anschluss wieder zu verlieren ja das würde ich auch wenn wir eins machen die ganze zu drüben durch einmal kommen wir dass die gegner dann schon dem motiviert sind ja wir haben die wird ja auch mal ein bisschen was für die zuschauer machen hat leider nicht funktioniert wir haben was da gerne mit sechs schüsse sehr gut hier kommt weiter was ist denn das wir haben weiter das heißt ja alex ich halt auch schon lauf durch mach das wieder danke so das kann tue ich es auch wieder nicht spielen noch eine gemütliche drehung noch ein bisschen davon das hotel ich so jubel will sich längst die beiden hände als ob ballotelli diese haarfarbe hätte das ist ballotelli ist urgroßvater musst du doch wissen marianne ballotelli da muss eine gräsche fangen und er benutzt den spielfluss weil er dann an einer gräsche stolpert warum seiten wegs da sollte der nicht da hat ich wollte auf alex spielen er war top das ist doch beigespielt hat man sogar gesehen dass ich das faul was sauber gespielt und einmal war es einfach ja genau ich gewinne guck ihn weg ja der macht noch als okay jetzt hört sich doch mal wieder richtig spiel ich weiß gar nicht sagen bei 4 2 muss es eigentlich schon richtig spielen und nicht locker lassen ja ich hab die füße gerade hochgelegt oh pascal gut sollte nicht auf dich gehen abseits danke durchschießen jetzt einfach mal weg oh nicht soweit wir wollen auch noch eine chance draus machen jetzt haben die vielleicht noch mal die chance die hätten wir jetzt gehabt oh alter oh alter wenn es jetzt wegen dir in die verlängerung gegangen wäre ohne witz noch ist das spiel nicht zu ende Jan Pascal ich hasse dich ich hab dich lieb ich bin mal kurz weg oooooh ok wir sind eine runde weiter ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss und auf wiedersehen leider ist das video auch schon vorbei aber links könnt ihr auf ein pro club video und rechts auf ein altes live video klicken viel spaß